Hallo ihr lieben Look Piraten, mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, wie man herausfindet, ob LUTs etwas taugen. Wollt ihr es wissen? Dann da lang! Ein kurzes Wort zum Anfang. Dieses Video bezieht sich nicht auf technische LUTs, sondern auf kreative LUTs. Und wie ihr wisst, ich rate euch grundsätzlich ab LUTs zu kaufen oder zu nutzen, von denen ihr nicht wisst, wie und wofür sie erstellt wurden. Nichtsdestotrotz sollt und könnt ihr natürlich euch eure LUTs selbst erstellen, gerade wenn es darum geht, einen Look, den ihr kreiert habt, das nächste Mal gleich wiederverwenden zu können oder wenn ihr euch eine LUT für eure Kamera erstellen wollt, was dann in etwa einer Show-LUT entsprechen würde. Ich habe mir hier ganz schnell mal ein simples Base-Grid erstellt, im Wesentlichen nur Primaries, keine Secondaries, also keine Qualifier-Windows und all den Schnickschnack. Und jetzt hole ich mir mal eine LUT auf eine weitere Note. Das ist im Grunde ein Vintage-Look, den ich mir mal erstellt hatte für ein Commercial und den hatte ich mir als LUT gespeichert. Ist so eine Art Aqua-Oldschool-Vintage-Look, naja, nicht perfekt, aber schon ganz ordentlich. Okay, ein Blick auf die Scopes verrät, dass alles soweit sauber aussieht. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die LUT auch ordentlich erstellt wurde. Wir machen also eine Art kleinen LUT-Stress-Test, aber wirklich nur einen kleinen. Aber mit den beiden Methoden, die ihr gleich seht, könnt ihr relativ schnell sehen, ob ein LUT etwas taugt oder nicht. Dazu gehe ich mal zu meinem altbekannten Grayscale und ziehe mir hier ebenfalls diese LUT auf die Note hier. Und jetzt guckt mal auf die Waveform. Wenn ihr bei einer LUT in der Waveform hier unten im Nullpunkt, also im Black, alle Kanäle, also alle drei Linien zusammenlaufen und auf Nullenden seht, dann sieht das schon einmal gut aus. So muss es sein. Sobald aber einer der Kanäle Rot, Blau oder Grün hier nicht auf Null endet, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen. Dasselbe gilt für die Highlights. Auch hier müssen alle drei Kanäle, also alle drei Linien ordentlich auf Max, also auf 1023 enden und dort zusammen enden und nicht irgendwo. Okay, schauen wir uns das Ganze noch auf einem Vierfarbverlauf an. Hier müssen alle Farben im Vektorskop ordentlich, ohne großartige Überlappungen zu sehen sein. Also hier in der Mitte achtet darauf, dass da wenige oder möglichst gar keine Überlappungen vorhanden sind und im Idealfall auch keine großen Löcher, außer in der Mitte, also am Nullpunkt. Wenn die Farben schön bis an den Rand reichen und innen, also innerhalb dieser Grenzen, saubere Verläufe zu sehen sind, ist das ein sehr gutes Zeichen, dass die LUT sauber erstellt wurde. Zuletzt solltet ihr noch in der Chromaticity kontrollieren, ob auch wirklich keine Farben außerhalb des gewählten Gammuts auftreten, also über die Farbraumgrenzen hinausragen, denn dann ist die LUT völlig unbrauchbar. Hier habe ich noch eine Note mit einer nicht ganz sauberen LUT. Ich schalte also diese hier aus und diese mit Dirty gelabelte Note mal an und jetzt seht ihr in der Chromaticity in der Fläche hier so schwarze Punkte und Streifen. Das sollte nicht sein. Sobald ihr sowas seht, ist die LUT nicht sauber erstellt, beziehungsweise habt ihr hier dann garantiert Artefakte oder Bendings im Image, sobald das Image Farben in diesem Bereich aufweist, wo hier diese Löcher sind. Und wenn ich mir diese Dirty LUT mal noch auf den Grayscale ansehe, Moment, guckt mal, hier läuft nichts im Schwarz- oder Weißpunkt zusammen. Das ist ein wunderbares Beispiel für eine wirklich schlechte LUT. So was ist absolut unbrauchbar und wird auch keine sehr guten Ergebnisse erzielen. Moment, ich füge diese LUT ganz einfach mal in mein Image ein. Seht ihr das? Selbst wenn ich jetzt hier anfange herumzuwurschteln, das wird nichts Vernünftiges, glaubt mir. Und wisst ihr was? Diese LUT ist eine gekaufte LUT und sogar von einem eigentlich seriösen Anbieter. Also passt auf und kauft keine LUTs. Lernt lieber ordentlich Colorgrading. Und übrigens, ich betone nicht umsonst, dass man zu Beginn immer das Image erst einmal ordentlich ausbalancieren und Farb korrigieren sollte. Denn nur so könnt ihr sicherstellen, dass eure selbst erstellten LUTs oder Powergrades auch immer wirklich funktionieren. Und das gewünschte Ergebnis erzielen, das sollte jetzt mittlerweile mehr als logisch und klar sein. Okay, jetzt wisst ihr, wie ihr mit relativ wenigen Handgriffen einen kleinen Stresstest für LUTs durchführen könnt. Das sind bei weitem nicht alle Techniken für einen LUT-Test. Da gibt es noch weitaus mehr, wie man LUTs auf Herz und Lieren prüfen kann. Aber das führt hier jetzt zu weit und setzt auch einiges an Wissen voraus. Im Grunde könnt ihr aber mit diesen einfachen Mitteln nicht nur eure eigenen LUTs prüfen, sondern auch euer Grading. Denn am Ende des Tages ist das nichts anderes. Okay, und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach gleich diesen Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja wie immer, ab damit in die Kommentare. Also ihr lieben Fahrpiloten, bleibt schön bunt und natürlich gesund und macht's gut.